Die komplette ChatGPT Anleitung für Business Cases. In dem heutigen Video habe ich dir 11 Business Cases mitgebracht, wie du ChatGPT für dich produktiv benutzen kannst. Du bekommst von mir die komplette Erklärung, wie ChatGPT funktioniert. Wir werden am Anfang einfachere Prompts machen, später komplexere Prompts. Wir machen Rechercheaufgaben, wir werden ein Sales Script erstellen, wir machen eine Stellenbeschreibung, wir erzeugen Bilder. Das komplette Programm. Los geht's! Und dafür nehme ich dich jetzt natürlich als allererstes mit auf meinen Monitor. So, ich bin jetzt eingeloggt in ChatGPT. Die Adresse dafür siehst du hier oben natürlich ChatGPT.com. Du loggst dich ein, falls du noch kein Konto hast, kannst du ein kostenfreies erstellen. Alles das, was ich dir heute zeige, geht auch in einem kostenfreien Konto. Aber ganz ehrlich, die Bezahlversion macht einfach total Sinn. Und wir beginnen jetzt mit einem einfachen Case. Und zwar erstmal nochmal ganz kurz zur Übersicht, weil das Video wird etwas länger. Wir werden heute anfangen mit vertrieblichen Themen. Ich werde dir also als allererstes zeigen, wie man zum Beispiel ein Sales Script mit ChatGPT erstellt, mit einem ganz einfachen Prompt. Wir werden dann in den Bereich Marketing eintauchen. Hier machen wir mal Marktrecherche. Wir werden also ChatGPT benutzen, um Recherche zu machen, Brainstorming. Hierfür nutzen wir ein paar komplexere Prompts. Dann werden wir reingehen in den Bereich Support. Ich werde dir zeigen, wie du auf eine Beschwerde-E-Mail ganz einfach, aber super akkurat antworten kannst. Dann gehen wir in den Bereich Stellenausschreibung und erzeugen mal eine Stellenausschreibung. Und hier werde ich dir auch ein paar neue Features von ChatGPT zeigen. Wir gehen dann in einen ganz einfachen Bereich und lassen mal Texte umschreiben, Texte zusammenfassen, Texte korrigieren. Und last but not least werden wir am Ende Bilder erstellen. Bilder, die wir erstellt haben, punktuell retuschieren. Und wir werden natürlich auch mal ein Bild kopieren, was wir schon haben. Und ich lege jetzt hier los. Es gibt aktuell von ChatGPT diese vier Modelle. Hier unten kannst du auch noch aufklappen. Mehrere Modelle, hier gibt es noch ein paar ältere. Grundsätzlich ChatGPT-O ist das aktuelle Modell, was ideal ist für so ziemlich alle Aufgaben. Es gibt auch die ChatGPT-O 4.0 with Canvas. Das zeige ich dir heute ebenfalls, was das kann. Und dann gibt es die One Preview und One Mini. Die One Preview ist für sehr komplexe Aufgaben wunderbar geeignet. Für alltägliche, ehrlicherweise unnötig und auch an der Stelle unnötig langsam. Das heißt, wir können jetzt hier mit ChatGPT 4.0 alles bearbeiten. Wir haben hier eine Eingabezeile. In der Eingabezeile geben wir den sogenannten Prompt ein. Der Prompt ist der Startbefehl. Das heißt, das, was wir bei Google machen, wenn wir googeln, machen wir hier bei ChatGPT. Wir prompten. Das heißt, wir geben einen Befehl ein und sagen der KI, was sie machen soll. Und das Besondere an ChatGPT hier ist, dass wir das Ganze in einem Chat machen. Das heißt, ich gebe etwas ein und das, was ich hier eingebe, bleibt in der Historie. Wohlgemerkt in der Historie von genau diesem Dialog, den wir hier haben. Wenn ich also später einen neuen Dialog mache, gibt es diese Historie nicht. Man könnte also sagen, wir arbeiten mit dem Kurzzeitgedächtnis von ChatGPT. Und jetzt fangen wir mal an und starten mit dem ersten Prompt. Und wir benutzen als allerersten Prompt diesen hier. Ich sage, hallo ChatGPT. Kannst du dir natürlich auch kneifen. Kann man machen, muss man nicht. Kannst du mir ein Verkaufsskript zur Verfügung stellen, das sich an Inhaber, und jetzt könnte ich hier meine Zielgruppe geben, von kleinen mittelständischen Unternehmen, die im Hochpreissegment arbeiten, richtet und häufiger Einwände wie, wir haben nicht viele Leads, ich habe keine Zeit, den Content zu generieren, und dass es zu teuer anspricht. Kannst du außerdem betonen, wie unser Ultima-System, also hier müsstest du deins einsetzen, perfekt ist, um auch wenige Leads nachzufassen, der Kunde im 1 zu 1 Video-Templates für den Content bekommt und alles Schriftliche wir im Done-for-You für ihn generieren und eine Return-on-Investment-Garantie hat, kann. So, das Ganze prompte ich, also hier ist übrigens wichtig, du kannst auch mal Schreibfehler machen und auch wenn Dinge in der Didaktik nicht ganz logisch sind, ChatGPT verzeiht dir das alles. Das heißt, ich drücke jetzt hier drauf und bekomme sofort eine Antwort, eine generierte Antwort, die es halt vorher so noch nie gab. Und schon bekomme ich ein Verkaufsskript für Ultima. Ich sehe also jetzt hier Verkaufsskript, Einleitung, Bedarfsanalyse, Einwand Nummer 1, Einwand Nummer 2. Und Einwand Nummer 3, jedenfalls die Einwandbehandlung dafür. Zusammenfassung, Call-to-Action mit Ultima besitzen LL-Themen. So, jetzt kann ich mit diesem Skript schon arbeiten. Ich kann jetzt natürlich auch hier weiter reingehen und kann zum Beispiel als Folge prompten. Perfekt, kannst du mir noch das Skript ausweiten auf den Punkt Angebotspräsent. Angebotspräsentation und moralischer Vorvertrag. So, das heißt, ich gebe jetzt hier nochmal eine Ergänzung. Und jetzt siehst du hier schon, Angebotspräsentation wird jetzt, also genau das, was ich hier gerade gesagt habe, ich möchte das Skript ausweiten, wird jetzt hier zusammengefasst und wird ergänzt. Moralischer Vorvertrag. Und jetzt sage ich hier schon mal, perfekt, jetzt bitte alles nochmal in einer Ausgabe. So, und jetzt lasse ich das nochmal hier zusammenfassen und bekomme alles. Das heißt, ich habe jetzt hier den ersten Part, den zweiten Part, sodass ich es nicht mal mehr unterschiedlich kopieren muss. So, du siehst also, ich kann mit einem ganz einfachen Prompt und die einzige Eingabe, die ich hatte, war diese hier, kann ich hier so ein schönes Verkaufsskript nehmen, was zugegebenermaßen jetzt sicher nicht perfekt ist, aber eine gute Ausgangslage, um genau damit weiterzuarbeiten. Also, Verkaufsskript, machen wir schon mal einen Haken dran. So, jetzt haben wir hier den ersten Part mit einem sehr einfachen Prompt gemacht und ich starte mit einem neuen Chat und jetzt gehen wir in den Bereich Marketing Recherche. Marketing Recherche, jetzt nutzen wir einen komplexeren Prompt. Das heißt, wir machen jetzt folgendes. Ich gebe jetzt hier ChatGPT unterschiedliche Informationen mit. Also, ich beginne mit dem Part Kontext. Das heißt, ich sage hier ChatGPT, was der gesamte Kontext von dieser Marketing Recherche sein soll. Du bist Market Research, GPT, ein professioneller Marktforscher, der Solopreneurs dabei hilft, Markttrends, Veränderungen zu identifizieren, zu nutzen. Du bist Weltklassexperterin, Marktbewegungen zu finden, die dem durchschnittlichen Marktforscher unbekannt sind. Das heißt, ich gebe ChatGPT jetzt hier den Kontext und dadurch kann ChatGPT diese Rolle einnehmen. ChatGPT versteht das und wird jetzt aus dieser Rolle heraus agieren. Wenn du jetzt beispielsweise den Kontext veränderst und jetzt sagst, du bist Maler, Maler und Dichter, dann wird ein ganz anderer Output bei rauskommen. So, Ziel. Gib mir fünf Veränderungen im Kundenverhalten und fünf Veränderungen im Wettbewerbslandschaft für mein Geschäft zurück. Ich werde wachsende Trends konzentrieren, Zukunft mehr Umsatz zu erzielen. Also, das ist das Ziel. Um was geht es mir? Ich will mehr Umsatz machen. So, dann machen wir folgendes. Kriterien. Jetzt gebe ich hier noch ein paar Kriterien mit. Konzentriere dich auf wertvolle Marktbewegungen, die unkonventionell sind, oft übersehen. Mainstream-Trends zurück. Und hier haben wir nochmal, genau, überwältige mich nicht mit Plattitüden und bedeutungslosen Sätzen. Sei spezifisch und prägnant. Ich will also eine sehr perfekte Ausgabe haben. Informationen über mich. Und jetzt habe ich hier meine Informationen reingemacht. Mein Geschäft, habe eine Agentur, spezialisiert darauf, mehr Umsatz mit den bestehenden Leads zu machen. Und jetzt gebe ich hier unten nochmal was zu dem Thema Formatierung. Verwende Markdown, um deine Antworten zu formatieren. Das heißt, ich möchte, dass ChatGPT diese ganzen Antworten vernünftig für mich strukturiert. So, jetzt habe ich hier einmal alles eingegeben und drücke auf Enter. Und du wirst jetzt sehen, dass jetzt hier einiges rauskommt. Also Veränderungen im Kundenverhalten. Wunsch nach persönlicher Ansprache und Segmentierung. Skepsis gegenüber aggressiver Verkaufsstrategien. Das stimmt. Anstieg von Micro-Movement. Micro-Moment. Ah, Micro-Moment. Kundenleigner zur Entscheidung, in Micro-Moments zu treffen. Kurze Phasen, in denen bestimmte Bedürfnisse und Interesse hoch ist. Hm. Wachsende Erwartungen im Nachverkaufsengagement. Erhöhte Nachfrage nach Authentizität und Transparenz. Das stimmt. Verlagerung hin zu datengetriebener Lead-Analyse. Steigerung Investitionen in Customer Retention. Das stimmt. Zunehmende Spezialisierung auf Nischensegmentierung. Nutzung von Conversational AI für Lead-Reaktivierung. Verstärkung. Fokus auf langfristige Partnerschaften statt einmaliger Transaktion. Du siehst also, ChatGPT gibt mir jetzt hier für meine Marktrecherche wirklich richtig gute Antworten. Ich werde dir diesen Original-Prompt mit Platzhaltern gerne zur Verfügung stellen. Schreib mir dazu gerne einfach in den Kommentaren, wenn er dich interessiert. Dann packe ich ihn ihr damit rein. und dann hast du einmal hier das Original, sodass du auch damit arbeiten kannst. Dann musst du es dir nicht aus dem Video raussehen. Okay. Damit haben wir die Marktrecherche schon mal erledigt. Gehen wir in den nächsten Case. Der Case, den ich jetzt als nächstes ansteuere. Ich möchte jetzt für meinen Community-Aufbau zehn Ideen haben. Mittlerweile ist das Thema Community-Aufbau ja immer heißer geworden. Und viele Unternehmen beschäftigen sich damit. Lohnt sich das für uns? Lohnt sich das nicht für uns? Hier habe ich auch unterschiedliche Videos schon so gemacht. Und ich habe jetzt mal vor, mir zehn Ideen für meine School-Community zu machen. Ich sage also, du bist jetzt ein Community-GPT, professioneller Community-Manager. Ich möchte zehn Ideen haben zur Einbindung meiner Gemeinschaft. Kriterien für die Ideen. Fokus auf Gemeinschaften in Slack, Discord, Twitter, anderen Plattformen. Sei spezifisch, sei kreativ. Passe die Ideen meiner Gemeinschaft an. Informationen über mich. Habe ich hier ein paar drin. Antwortstruktur. Gib mir das Ganze tabellarisch zurück. Also ich möchte den Namen der Idee, Beschreibung der Idee, Auswirkungsbewertung haben. Von 0 bis 10. 10 ist hoch. Aufwandsbewertung von 0 bis 10. Das heißt, Chat-GPT gibt mir nicht nur Ideen und eine Beschreibung dazu, sondern sagt mir jetzt auch hier nach der Einschätzung, was wird die Auswirkung sein und wie hoch wird der Aufwand sein? Kundenreise teilen. Mitglieder teilen ihre erfolgreiche Kundenreise in der Gemeinschaft. Diese Reisen werden als Inspiration gepostet und zeigen Herangehensweise Learnings. Auswirkung 9, Aufwand 7. Monatliches Event, bei dem Mitglieder fünf oder zehnminütige Demo-Coachings zeigen. Sie lernen von anderen Coachings, neue Techniken, Herangehensweisen. Auswirkung 9, Aufwand 5. 30-Tage-Challenge. Das wird eine 10 haben. Eine 30-Tage-Challenge, bei der Mitglieder wöchentlich Aufgaben erhalten und den ersten Kunden zu gewinnen. Erfolgreiche Schritte werden geteilt, gegenseitiges Lernen zu fördern, aber halt auch hoher Aufwand. Gucken wir mal, was einen niedrigen Aufwand macht. Das hier hat einen niedrigen Aufwand. Jeden Monat wird ein Coach ausgewählt, eine inspirierende Erfolgsgeschichte teilt. Diese Stories motivieren, zeigen realistische Wege zum ersten Kunden. Sensationelle Ideen, wie ich finde, kann man alle so nehmen. Und du kannst jetzt dieses Ergebnis, falls du die Tabelle übrigens haben möchtest, auch hier einfach Copy-Paste rauskopieren. Oder du klickst hier unten natürlich auf den Kopieren-Button und hast das jetzt im Zwischenspeicher und kannst das Ganze dann in einem Google Doc benutzen. Also, so einfach kannst du dir auch neue Ideen generieren, wenn du eine Community aufbauen möchtest. Das Gleiche funktioniert natürlich auch für jeden Social-Media-Auftritt, wenn du Landingpages haben willst, E-Mails, Verkaufstexte, Angebotstexte und so weiter und so fort. So, schauen wir uns einmal den nächsten Case an. Ich habe eine Kundenbeschwerde bekommen und möchte auf diese jetzt nun sinnvoll antworten. Also mache ich folgendes. Ich kopiere hier einfach einmal die Kundenbeschwerde eins zu eins so rein. Jetzt hat ChatGPT schon mal die Information dazu. Das heißt, ich sehe jetzt hier betreffend dringende Korrektur. Liebe Social-Media-Team, jetzt gab es hier irgendein technisches Problem und ein Social-Media-Post wurde fehlerhaft veröffentlicht und das hat zu negativen Kommentaren geführt. Und ja, der Kunde ist erzorned. Und jetzt möchte ich hier eine Antwort darauf haben. Und ich schreibe jetzt hier links unten in die Prompt-Eingabe rein, dass ich eine Antwort auf diese Beschwerde haben möchte. Und jetzt greife ich auf einen Super-Hack zurück. Und zwar sage ich, schreibe mir diese Antwort im Stil von Chris Voss. Falls du Chris Voss nicht kennst, er war Chef-Unterhändler des FBI für internationale Geisel- und Entführungsfragen. Das heißt, er hat immer dann, wenn es richtig brenzlig wurde, hat er das Ruder in die Hand genommen und hat international mit den Geiselnehmern verhandelt, direkt vom FBI aus. Das heißt, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der besser darauf antworten könnte als Chris Voss. Deswegen nutzen wir für diese Kundenbeschwerde natürlich auch Chris Voss und schreiben hier im Stil von Chris Voss. Das ist der Befehl. Und jetzt wirst du sehen, dass ChatGPT Canvas, hier siehst du schon mal eine Veränderung, dir genau erklärt, um was es geht. Das heißt, schreibe eine Antwort darauf. So, und jetzt siehst du hier schon mal, was ich machen kann. Ich kann also jetzt hier sagen, das ist eine nette Einleitung, könnt ihr übernehmen. Jetzt sage ich hier übernehmen. Ich kann also jetzt punktuell für genau das hier einzelne Veränderungen machen. Du siehst also, der Canvas-Modus ist so, dass ich jetzt in diesem Prompt drin arbeite. Der Chris Voss betont den Stil Empathie. Jetzt erklärt er, was hier drin ist. Und jetzt sage ich, okay, das möchte ich auch gerne übernehmen. Und jetzt ändert er hier in diesem Bestehenden, ändert er genau diese Themen. Das heißt, ich kann jetzt hier immer reingehen und kann sagen, okay, das finde ich sinnvoll. Das möchte ich übernehmen. Das möchte ich übernehmen. Und den letzten Part möchte ich natürlich auch noch übernehmen. So, das ist jetzt eine Funktion von dem ChatGPT 4.0 Canvas. Und ebenfalls habe ich die Möglichkeit, hier unten mit dem Stift in der Ecke, du siehst den hier klein unten, kann ich auch noch weitere Funktionen ausführen. Wie zum Beispiel den Text länger machen, kürzer machen, das Leseniveau ändern. Oder ich kann auch hier, du siehst es an diesen Sprechblasen, die ich hier an der Seite habe, für genau diesen Part einen einzelnen Befehl angeben. Das heißt, ich arbeite nicht mehr immer mit einem komplett neuen Prompt und immer komplett von Scratch an und ChatGPT generiert alles neu, sondern in der bestehenden Ausgabe verändere ich hier das Ergebnis. Das ist die neue Funktion ChatGPT 4.0 with Canvas. Ziemlich cool, gerade dann, wenn man in Kooperation mit mehreren arbeitet, ist das eine extrem hilfreiche Funktion. So, gehen wir ins nächste Beispiel rein. Wir wollen jetzt eine Stellenausschreibung haben. Und da kann ich natürlich auch ChatGPT benutzen mit dem einfachen Prompt. Wie können wir eine Stellenbeschreibung verfassen, die Top-Talente für eine Stelle im Bereich Sales bei Ultima Marketing Automation anzieht? Bitte nennen die wichtigsten Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten, besondere Aspekte an der Stelle, die die BewerberInnen ansprechen würden. So, das heißt, auch hier kann ich jetzt ganz einfach mit einem Prompt mir eine Stellenbeschreibung machen lassen. Siehst du jetzt hier schon, Titel der Stelle, Sales Manager, kurze Unternehmensbeschreibung, Beispiel, Verantwortlichkeiten der Position, erforderliche Fähigkeiten, Qualifikationen, besondere Aspekte, die Bewerber anziehen, überzeugender Call-to-Action. Und jetzt haben wir hier nochmal am Ende eine komplette Ausgabe dafür. Und jetzt habe ich jetzt meine Stellenbeschreibung. Ich kann übrigens auch jetzt hier in das ChatGPT for Always Canvas wechseln und dann sagen, starte Canvas und das jetzt auch im Nachgang so machen. Das heißt, ich kann jetzt auch hier wieder an diesem Output im Nachgang mit ChatGPT for Always Canvas arbeiten. Falls mir jetzt auffällt, Mensch, ich möchte hier gar nicht alles ändern, sondern nur kleine Details. So, so einfach kannst du mittlerweile deine Stellenbeschreibung machen. Auch hier gibt es übrigens die Möglichkeit, dass du diese Stellenbeschreibung natürlich auch komplett umschreibst und sage, schreibe diese Stellenbeschreibung im Stil von Kurt Krömer. Dann wird das Ganze witzig und unterhaltsam. Und du wirst dich wundern, dass diese Stellenausschreibung höchstwahrscheinlich besser konvertiert als all deine anderen. Genau das haben wir nämlich auch getan. Und ich kann dir sagen, die Stellenbeschreibung von Kurt Krömer hat elfmal mehr Bewerbungen gebracht als die herkömmliche, die wir vorher hatten. Also auch hier möchte ich dir einen Anreiz geben, immer mal wieder etwas Neues zu probieren. Gehen wir in den nächsten Case. Jetzt möchte ich einen Text zusammenfassen. Und hierfür habe ich mir ein YouTube-Video rausgesucht. Und zwar ein YouTube-Video, wo es über eine Stunde drei... Über eine Stunde drei darum geht, wie ich in LinkedIn eine Personal Brand aufbaue. So und jetzt kann ich mir über ein zusätzliches Plugin hier oben das YouTube-Transkript einfach mit einem Klick kopieren. Und kopiere das jetzt hier mal bei ChatGPT rein, mache hier ein neues Chat-Fenster auf und sage dann folgendes. Entferne hier die Zeitstempel und fasse das Transkript von dem Video zusammen. Achte darauf, dass keine Learnings verloren gehen. Jetzt habe ich hier wieder meine drei Hashtags und jetzt beginnt ab hier der Link zu dem Video und nochmal das komplette Transkript. Du siehst, dass jetzt hier einiges an Content drin ist. Um es mal ganz genau zu sagen, haben wir jetzt hier einen Input von über 11.600 Wörtern. Würde also sogar eine Weile gedauern, das alles zu lesen. Und ChatGPT kann mir das innerhalb weniger Sekunden jetzt sinnvoll zusammenfassen und natürlich an der Stelle auch gleich überarbeiten. Du siehst also, ChatGPT legt direkt los und sagt mir hier, was ist von Franz Wegners LinkedIn Masterclass. Was sind genau die Learnings daraus? Content Strategie, Relevanz Follower, Copywriting Hook, visuelle Gestaltung, Social Hacking, provokante Meinungen, Recycling, Zusammenarbeit mit Influencern, Lead Magnets auf Offline Events auffordern, Anlässe nutzen. Du siehst also, ich kriege innerhalb kürzester Zeit komplette Textzusammenfassungen oder auch Textkorrekturen hin. So, gehen wir direkt in den nächsten Case. Jetzt möchte ich einen Text korrigieren. Und Korrektur kann ja eine ganze Menge sein. Ich habe jetzt hier ein Video von mir und in diesem Video gibt es natürlich Untertitel. Die Untertitel, die ich jetzt hier drin habe, die sind ja Standard, die Untertitel, die von YouTube kommen. Und du siehst hier, das heißt natürlich, René hält nicht nur viele Vorträge, YouTube-Kanal. Und hier wirst du aber sehen, hier wird es immer wieder auch Schreibfehler geben, Dinge, hier ein Lied, nicht das Lied, sondern ein Lied. Und hier siehst du natürlich, gibt es immer wieder Schreibfehler. So, das heißt, ich nehme jetzt diesen Text hier komplett und prompte jetzt, korrigiere diesen Text und setze die Satzzeichen. Das, also jetzt machen wir kurz mal hier, die Agentur heißt Outima, der Sprecher heißt René Choppe. So, er redet darüber, wie du perfekte Liedmagnete erstellst und schnelles E-Mail-Marketing machst. So, jetzt gebe ich hier noch als Zusatzbefehl, verändere keine Worte, da es sich um ein Transkript handelt. Hier ist der Text, wieder drei Hashtags und starten wir einmal durch. So, und jetzt bekomme ich hier ein neues Transkript und hier siehst du sogar mit Applaus, Theatralik, Mailing-Magnet, alles richtig geschrieben, Funnel, Traffic-Quellen, Videokurs. Du siehst, die Satzzeichen sind richtig gesetzt und schon habe ich mein perfektes Transkript in vollständiger und korrigierter Version. Nächster Case, gehen wir einmal in ChatGPT und jetzt lassen wir uns einen Text umformulieren. Ich habe jetzt hier also einen Text, das ist gerade aus dem Transkript von gerade eben und ich mache jetzt folgendes, schreibe diesen Text in Sie-Form um. Das heißt, ich nehme jetzt einfach den gesamten Text und schreibe den jetzt per Sie um. Ich kann den natürlich auch per Du umschreiben, förmlich umschreiben. Ich kann den gendern und du siehst schon jetzt hier, so verwandelt sie nun durch YouTube-Zuschauer potenziell erst, damit sie das richtige Mindset für Lead-Magneten entwickeln, möchte ich sie auf einen kleinen Ausflug mitnehmen. Kommen Sie mit? Ja, der Ausflug wird auch gerade interaktiv. Das heißt, ich habe genau den Text jetzt einfach in Sie-Form mit einem einfachen Prompt ganze Textpassagen einfach umtexten lassen. Gehen wir in den nächsten Case, Bilder erstellen mit ChatGPT. Auch das ist ziemlich einfach. Du musst in ChatGPT lediglich sagen, am Anfang erstelle mir ein Bild von Punkt, Punkt, Punkt. Denk dir was aus, ChatGPT wird kreativ und wird das ganze Bild erstellen. Das heißt, ich sage, erstelle mir ein Bild von einem Vertriebsteam, das aus Superhelden besteht. Und jetzt möchte ich einmal schauen, was macht denn ChatGPT genau daraus? Übrigens kannst du den Prompt auch zehnmal eingeben. Es wird zehnmal ein anderes Bild geben. Wenn du also bei der ersten Version noch nicht so zufrieden bist, versuch es einfach erneut. So, du siehst also ChatGPT hat mir jetzt hier ein Bild erstellt. Wir haben drei Damen, drei Herren, alle ein bisschen mit rotem Cape und so. Ja, ist okay. Ich kann jetzt natürlich auch nochmal das Bild verändern. Also ich könnte jetzt sagen, okay, lasse einen aussehen wie Batman, einen wie Superman, einen wie Catwoman, einen wie Flash und einen wie Green Lantern. So, das heißt, ich gebe jetzt einen ergänzenden Befehl. ChatGPT wird das Bild komplett neu generieren, wird also nicht dieses Bild hier verändern, sondern ein komplettes Neues machen. Da siehst du schon, ChatGPT will jetzt hier nicht gegen die Content-Richtlinien verstoßen. ChatGPT kann mir also kein Bild von Batman machen. Schlägt mir aber auch gleich vor und sagt, naja, ich könnte Superhelden machen, die diese Outfits tragen oder sehr ähnlich sind. Und jetzt siehst du hier schon, haben wir Green Lantern, Flash, Catwoman, zumindestens das Ganze ähnlich, aber mit einem einzigartigen Touch. Wunderbar. So, jetzt könnte ich das Bild machen und könnte es zum Beispiel auch umformatieren. Ich brauche das Bild im Format 16 zu 9. Jetzt wird es also ein Bild, was ich eher in einer Präsentation benutzen kann. Und zack, siehst du, habe ich jetzt hier ein Bild von meinen Superhelden. Ich habe hier Batman, Catwoman, könnte es Superman sein, Flash, Green Lantern, alle sind da. Du siehst also, mit ChatGPT kannst du sehr, sehr einfach Bilder generieren. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Bilder punktuell bearbeiten. Ich kann jetzt dieses Bild hier auch punktuell bearbeiten. Ich klicke einfach auf das Bild drauf, habe das Bild jetzt hier in groß. Ich kann es mir jetzt hier oben herunterladen, kostenfrei. Oder ich kann auch sagen, okay, ich möchte etwas an diesem Bild verändern. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, ich gehe hier oben auf diesen Pinsel und markiere einfach, was ich nicht mehr haben will. Das heißt, ich sage zum Beispiel, diese Lampe hier möchte ich nicht haben. Ich will diesen Stuhl und diesen Arbeitsplatz hier nicht mehr haben. Zack. Und den hätte ich hier auch gerne weg. Und jetzt mache ich den Pinsel nochmal etwas kleiner und nehme auch das Tischbein hier weg. So, haben wir hier noch was? Nö. So, das heißt, jetzt habe ich das hier markiert und gehe jetzt hier unten in das Schreibfeld rein und sage, retuschiere das weg. Enter. Und jetzt wird ChatGPT genau dieses Bild verändern. Es wird jetzt also kein neues Bild mehr generiert, sondern das bestehende Bild verändert. Das ist auch eine Revolution, die es lange Zeit so nicht gab. Man musste früher immer neue Bilder generieren. Und das Problem war, wenn das Bild richtig gut war, drei, vier Kleinigkeiten nicht gepasst haben, dann musste man immer das Bild neu generieren. Das gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Ich kann also jetzt hier in bestehenden Bildern einfach direkt Dinge umprompten. Ich könnte auch beispielsweise Dinge markieren. Und jetzt habe ich hier das neue Bild. Jetzt habe ich hier einen anderen Arbeitsplatz. Witzigerweise, du siehst, es funktioniert nicht immer. Jetzt habe ich hier einen anderen Arbeitsplatz. Einen Stuhl, der hier schwebt, aber den will ich auch nicht haben. Nehmen wir auch mal weg. Retuschiere die Stühle und Tische weg. So, versuchen wir es nochmal im zweiten Weg. Also, siehst du, es hat sich jetzt hier schon verändert. Die Lampen sind sofort weg. Das hat also funktioniert. Der Mann, der hier gerade eben noch saß, der ist auch weg in der zweiten Version. Jetzt hat sich allerdings der Stuhl gedreht, ist immer noch geblieben. Und jetzt versuchen wir es mit Version 3, dass ich einfach nochmal sage, ganz konkret, mache die Stühle und Tische weg. Schauen wir mal, ob die Computer gleich in der Luft hängen oder ob die auch gleich mit verschwunden sind. So, nochmal zwei Stufen später siehst du, ich habe endlich den Tisch hier wegbekommen auf beiden Seiten. Es gibt keinen Stuhl mehr. Ich habe jetzt hier zwar immer noch einen leeren Ständer von einem Tisch rumstehen. Und hier im Hintergrund gibt es noch eine Tischplatte. Aber du siehst das Prinzip, wie es funktioniert. Ich kann mit ChatGPT nicht nur Bilder generieren oder Bilder dann auch bearbeiten. Ich kann ChatGPT auch Bilder hochladen. Kommen wir also zum nächsten Case. Ich lade jetzt hier bei ChatGPT ein Bild hoch. Ich nehme jetzt hier mal ein Bildschirmfoto. Und zwar ein Bildschirmfoto von einem Text. Und ich lade jetzt hier dieses Bildschirmfoto von dem Text hoch und sage, lies den Text aus dem Bild. Und kann mir ganz einfach über ein Bildschirmfoto genau diesen Text jetzt hier wieder als Text ausgeben lassen. Ist extrem praktisch, wenn du beispielsweise mal in einem Zoom-Meeting bist oder ähnliches. Jemand anderes zeigt dir ein Dokument und eigentlich brauchst du nicht die Ansicht von dem Dokument, sondern du brauchst den Text von genau diesem Dokument. Du siehst also hier zieht er jetzt original mir den Text aus dem Bild. Du kannst nicht nur Bildschirmfotos von Text oder Ähnlichem hochladen. Du kannst natürlich auch andere Bilder hochladen. Und ich lade jetzt mal ein Bild von mir hoch und sage, nimm dieses Bild und mache daraus ein Gemälde im Stil von Van Gogh. So, und jetzt wird ChatGPT genau dieses Bild von mir nehmen und wird es dementsprechend umbearbeiten. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Naja, du siehst, es gibt jetzt also von mir eine Version im Stil von Van Gogh. Das waren die ersten elf Business Cases. Du weißt jetzt also, wie du Marktrecherchen machst, dir Skripte erstellen lässt, dir Stellenausschreibungen machen kannst, du dir einfach Social-Media-Posts erstellst, Texte umschreibst in Du-Form, Transkripte ziehst, Transkripte bearbeitest, zusammenfassen lässt, Bilder erstellst, Bilder punktuell bearbeitest, dir Texte aus Bildern ziehst oder bestehende Bilder einfach mal in einem anderen Stil, die er formatieren lässt. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und hat dir viel Inspiration gegeben. Das Thema KI ist der Wahnsinn. KI ist kein Trend mehr. Es ist gekommen, um zu bleiben. Und es verändert unsere Welt nachhaltig. In meinem Kanal findest du einige Videos darüber, wie du ChatGPT noch professioneller benutzen kannst, wie du dir deinem Custom-GPT aufbauen kannst oder auch, wie du zum Beispiel mit der neuen Stimme von OpenAI kommunizieren kannst. Du findest in meinem Kanal natürlich auch viele andere Dinge zum Thema Marketing, Unternehmertum, Vertrieb und Sales, vor allem darüber, wie du automatisiert mehr Umsatz aus deinem Bestand holst. Wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, wenn wir uns in meinem Kanal wiedersehen und sag jetzt schon mal, bis später. Marketing-Magie Oh-oh-oh-oh Mit Automatisierung So weit